Brauchst du KI bei deinem Content Marketing? Wo macht das Sinn? Wo macht es überhaupt keinen Sinn? Wenn es Sinn macht, welche KI brauchst du? Und wie kommst du zu Geschichten, die wirklich berühren und dann eben im Content Marketing auch verkaufen? Darum soll es heute gehen. Heute geht es um KI oder vielleicht auch nicht. Wie das weitergeht, wirst du erfahren direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Der Podcast für Content Marketing, für Business Storytelling und alles, was uns die Arbeit damit leichter macht. Vielleicht ist KI ja eine solche Erleichterung, vielleicht aber auch nicht. Und ich habe da eine ganz klare Meinung. Wir haben da eine ganz klare Meinung, wo du sie einsetzt, welche du einsetzt und wo du auf gar keinen Fall KI einsetzt. Unsere Meinung, du kannst das gerne anders sehen. Wir kommen damit ganz gut zurecht. Wir zeigen das auch allen unseren Kunden, die damit arbeiten. Und wir sehen wahnsinnige Erfolge. Einen dieser Erfolge habe ich letztes Mal ja schon in der letzten Episode vom letzten Sonntag, da kannst du gerne noch mal reinhören, wenn du magst, schon mal genannt. Wir haben einen Kunden. Heute darf ich ihn auch mit vollem Namen nennen. Er heißt Armin L. Rau. Also Armin L. Rau. Du kannst ihn gerne auf LinkedIn mal stalken. Und Armin hat halt mit uns in einer One-on-One-Mastermind-Begleitung gesessen. Also wir begleiten ihn einmal wöchentlich mit seinem Team und gucken, dass wir ihn sehr schnell voranbringen. So, und da habe ich ihn gefragt, Armin, was sind denn so liebevolle Macken und Spleens, die du hast? Was sind denn so Geschichten, die rumliegen, von denen du schon gar nicht mehr denkst, dass es eine Geschichte ist? Und da hat Armin gesagt, puh, die gibt es gar nicht. Da habe ich gesagt, Armin, denk doch mal nach. Irgendwas gibt es doch bestimmt. Irgendwas, was in deinem kleinen Hamsterrad für dich ganz normal ist, aber wo Leute draußen sich denken würden, wow, das ist ja total berührend oder interessant oder gib mir irgendwie Kontext bei dir oder gib dir Ecken und Kanten, sodass ich dich fühle. Und dann sagt er, ja, also ich sammle halt Zuckertütchen und habe eine Sammlung von über 200 Zuckertütchen aus der ganzen Welt. Ich habe letzte Woche das schon kurz angesprochen, aber ich will die Geschichte einmal kurz in Gänze erzählen. Das ist mit ihm abgesprochen, ich darf das. Und dann sage ich, okay, warum machst du das? Dann sagt er so, ja, meine Oma war im Krieg, die war sehr arm, ihr Mann ist gestorben. Dann ist sie immer irgendwo hingegangen und da gab es Zuckertütchen im Café oder bei irgendwelchen Besuchen. Und da hat sie immer so diese Zuckertütchen gehamstert, weil sie sparen musste, hat die mit nach Hause genommen und da aufgebraucht. Und weil Armin bei seiner Oma sehr viel Zeit verbracht hat und sie sehr geliebt hat, hat er irgendwie diese Marotte aufgenommen. Nicht aus Sparsamkeit, sondern immer, wenn er irgendwo auf der Welt unterwegs war, meistens mit seiner Frau, aber auch beruflich, in Buenos Aires, in New York, wo auch immer. Er reist sehr gerne, hat er sich ein Tütchen mitgenommen, was er nicht aufgebraucht hat, in einem Café, ein Zuckertütchen, hat das mit nach Hause genommen, gesammelt in einer Dose. Die gibt es auch heute noch, die ist voll mit tollen Zuckerpäckchen aus der ganzen Welt und immer, wenn er ein bisschen Trost braucht, ein bisschen Motivation, ein bisschen Inspiration als Mensch, aber auch in seiner Rolle als Unternehmer, dann geht er zu seiner Zuckerdose, bedient sich, reißt die auf, schmeißt ein bisschen Zucker in den Espresso und dann kann er sich damit überall hinbeamen, wo er will und an einen guten Ort gehen, wo er eine gute Erinnerung, ein tolles abgeschlossenes Geschäft hat, einen tollen Urlaub mit seiner Frau. Wunderbar. So, das hat er gepostet, hat noch gefragt, was beamt euch durch die Welt und hat sozusagen die Community daran teilhaben lassen. Normalerweise, wenn er postet, gehen diese Posts gut durch die Gegend. Und dieser Post mit dieser eigenen Story, ja, das ist einer, der ist halt, der ist viral gegangen. Warum? Also für seine Verhältnisse hat es so viel Reichweite bekommen, so viel Rückmeldung und nicht nur Likes und Klicks, sondern echte Interaktionen. Menschen haben ihm wirklich wunderbar darauf geschrieben, haben gesagt, das hat mich berührt, schreib mehr sowas. Ich wusste überhaupt gar nicht irgendwie von dir irgendwas. Ich hatte gar kein Profil bei dir. Jetzt kann ich dich irgendwie einschätzen. Also er hat ein Feedback bekommen, was er noch nie bekommen hat. Und das ist jetzt die These. Die KI kennt nicht deine Zuckertütchen-Spleens. Naja, das kann eine KI niemals nachbilden. Lass die Finger davon, wenn du sagst, ich kann nur mit KI schreiben. Es gibt zwei große Einsatzgebiete, wo KI wirklich tollen Sinn macht, wo wir es auch nutzen. Das erste ist, wenn wir mal keine Ahnung haben oder wenn wir uns überlegen, was könnten sich Menschen zu dem Thema wohl fragen? Dann kannst du eingeben, bei von mir aus Chat-GPT oder bei den üblichen Verdächtigen, schlage mir 20 Themen zum Thema Energiesparen im Hausbausektor vor. Ich weiß es nicht. Und dann kriegst du so eine erste Ideensammlung. Und dann nimmst du eine von diesen Ideen, die dich anspringt von den 20 und überlegst dir, welche Geschichte hätte ich denn dazu zu erzählen? Was habe ich denn damit erlebt? Oder meine Kunden? Und dann überlegst du das nur als Inspiration. Aha, das ist ein Oberthema. Und jetzt gucke ich, wie ich mit meiner eigenen Brille, mit meinen eigenen Erfahrungen und mit meiner Historie und meinen Spleens, meinen Erfahrungen, meiner Story, daraus eine gute Geschichte baue. So, das ist eine wunderbare Möglichkeit, KI einzusetzen. Die zweite ist, und das weißt du, wenn du uns schon länger zuhörst, für Konfektionierung. Das heißt, wir machen ein 16 zu 9 Breitbildvideo und mit KI lassen wir es, zum Beispiel mit Opus Pro, haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, einen Online-Dienst, machen wir daraus unsere Hochkant-Videos, damit wir nicht alle per Hand schneiden müssen. Wir machen das 16 zu 9, 9 zu 16, also Hochkant, lassen die schön schneiden. Das ist eine Vollautomatisierung. Dann sind die untertitelt, dann werden die ausgespuckt und wir können sie teilen. Wunderbar! Damit, da so nutzt du oder so nutzen wir KI und da macht das total Sinn. Wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich sicherer beim Schreiben nur mit einer KI, weil deine Lehrerin oder dein Lehrer dir irgendwann mal in der siebten Klasse gesagt hat, dass du angeblich nicht schreiben könntest, ja, dann vergiss das jetzt. Überwinde bitte deine Deutschlehrerin, deinen Deutschlehrer. Totaler Quatsch. Du kannst nämlich schreiben und zwar immer dann, wenn du auf deinen Bauch hörst, wenn du eine eigene Story nimmst und sie so erzählst, wie du sie erlebt hast. Da ist dann auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du könntest auch einen ersten Draft schreiben und von mir aus das Ganze dann nochmal durch ChatGPT durchjagen und sagen, mach mir davon eine schön formulierte Version mit der Tonalität Zielgruppe, Frauen, 30, was auch immer im Bereich Recruiting. Dann wird er dir wahrscheinlich eine überarbeitete Version ausspucken. Die würde ich an deiner Stelle aber auch nochmal überarbeiten und wieder in dein eigenes Wording bringen. Aber ich glaube, das brauchst du gar nicht. Wichtig ist es, dass du dir überlegst, wie komme ich oder wie überwinde ich dieses blöde Marketing bla bla. Dieses, ich habe es so in einem LinkedIn-Post mal geschrieben, drei Tipps beim Zuklappen meines Taschenmessers. Also generischen Mist. Vergiss das. Die Leute wollen nicht drei weitere Tipps um, was auch immer, den Sales-Erfolg in der Containerbauindustrie hören, sondern was hast du in der Containerbau oder in der Containervertriebsbranche gelernt, was dich total begeistert hat, wo du gesagt hast, oh, das habe ich so noch nie drüber nachgedacht oder das ist was, da bin ich drüber gestolpert im Positiven oder im Negativen. Und das erzählst du uns. Und das geht für jede Branche. Und es geht jetzt nicht darum, jedes Mal über Zuckertütchen zu reden, sondern so eine Geschichte, wie Armin sie erzählt hat, gibt den Leuten Kontext. Jetzt weiß man, dass er ein familiärer Typ ist, dass er eine Reiseleidenschaft hat, dass er eine Sammelleidenschaft hat, dass er Unternehmer ist, dass er sich Motivation und Inspiration holt. Er bekommt im wahrsten Sinne des Wortes Kontext. Also du weißt jetzt so ein bisschen den Hintergrund, der ist dir plötzlich nicht mehr so fremd auf einer sehr menschlichen, persönlichen Ebene. Und solche Beziehungen sind gar nicht überschätzbar. Es gibt nichts, was so wertvoll ist. Du kannst Likes und Klicks und was auch immer einsammeln. Am Ende geht es darum, wie baust du am schnellsten in digitalen Medien eine Beziehung auf, weil nur dann wird gekauft. Wenn du eine Beziehung hast, wenn du Vertrauen aufgebaut hast, das passiert. Bei einer KI, wenn sie als generatives Tool genutzt wird, nicht als konfektionierendes, sondern als erstellendes Tool, da kann keine Seele drin sein. Aber du willst ja Seelen erreichen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle Seelen und eine Seele redet mit einer anderen Seele. Und das ist was, was KI so noch nicht kann, weil die KI dich einfach nicht gut genug kennt. Die weiß nichts von deinem Zuckertütchen-Splien. Und deswegen erzähl von deiner Oma, erzähl von deinen Zuckertütchen, lass uns an deinen süßen Geschichten teilhaben im wahrsten Sinne des Wortes und überleg mal, wo sind so Geschichten, die du schon gar nicht mehr als besonders betrachtest, weil du sie schon so oft dir selber erzählt hast oder schon so oft gehört hast, weil sie in deinem Kopf ist. Oder aber, wo du sagst, da hätte ich gar nicht gewusst, dass man sowas erzählen darf auf LinkedIn. Du darfst nämlich alles erzählen, solange es deine Geschichte ist. Also heute werden Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, wir lieben sie, aber alle, die uns negativ irgendwie eingeschätzt haben, werden über Bord geworfen. KI wird über Bord geworfen. Nutze es für Konfektionierung, nutze es zum Umschnitt von Materialien, mach dir damit das Leben einfacher. Aber deine Geschichten, die müssen aus deinem Kopf und vor allem aus deinem Herzen kommen und dann treffen sie nämlich auch eine andere Seele. So, vielen Dank nicht zum, sondern fürs Zuhören. Komm gut in die neue Woche, hab einen schönen Sonntag und ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Ganz liebe Grüße aus München. Ciao.